Musik Lupa 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 Und Lupa Ja, doch, die hat nur Mühe, die haben keine schwarzen Ärzte, wo sie üben, hinten. Das war auch ein Oberfahrteller. So, Matthias, komm nun mal längseitig jetzt hier. Komm mal längseitig jetzt hier. Wie war's am Mittwoch? Erzähl doch mal ein bisschen. Mittwoch war ein großer Tag in Deutschland. Mittwoch war der herrste Spartenschluss für unser neues Feuerwehrgerät unten rechts hoch. Im November war alles dicht und im Dachdruck und im Zentrum und im März des Heilmeier. Das war's. Das war's.